Hallo, heute fange ich mit einer kleinen E-Bike-Reparatur-Serie an, wo ich euch immer kleine Tipps geben, was ihr an E-Bike tatsächlich noch selber wechseln könnt und was ihr reparieren könnt. Die heutige Reparatur betrifft den Displayhalter von Bosch. Bevor ihr Arbeiten am E-Bike vornehmt, entfernt immer den Akku. Dadurch ist das System dann spannungslos und ihr könnt keine Schäden an der Elektrik verursachen. Was ich euch heute zeigen will, ist der Wechsel des Displayhalters bei Bosch. Ab und zu kommt es vor, dass diese Halterungsnase, mit der das Display, also entweder das Nyan oder das Intuvia, auf dem Halter gehalten wird, abbricht. Das passiert vor allen Dingen, wenn der Kunststoff hier spröde wird. Also entweder, wenn es sehr heiß ist oder sehr kalt und man dann in die Garage kommt und vielleicht dort ein bisschen wärmer, dann kann das schon mal vorkommen, dass das abbricht. Das ist jetzt nicht, dass das bei jedem abbricht, aber ab und zu. Dieses Ersatzteil könnt ihr auch kaufen einzeln. Diesen Displayhalter. Der kostet so zwischen 20 und 30 Euro, je nachdem. Wenn ihr das in die Werkstatt bringt und dort wechseln lasst, müsst ihr aber ein bestimmtes Dreifacher rechnen, weil ja dort auch noch die Arbeitskraft bezahlt werden muss. Die Reparatur ist sehr einfach. Ihr benötigt dazu nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen relativ kleinen und einen Dreier-Imbusschlüssel. Und natürlich eine neue Displayhalterung. Um das euch besser zeigen zu können, habe ich das Display und den Displayhalter mal auf dem Lenker montiert, den ihr hier seht. Dadurch kann ich euch das einfacher zeigen. Zuerst müsst ihr den Bedienungssatelliten entfernen. Er ist mit einer Dreier-Imbusschraube befestigt. Ich habe es mir ja leicht gemacht, indem ich schon etwas gelockert habe. und euch die Schraube besser zeigen zu können. Ihr müsst sie einfach vollständig herausschrauben. Und dann könnt ihr das vorsichtig, die Schraube aufheben, könnt ihr das einfach aufklappen und vom Lenker herabnehmen. Schraubt dann zur Sicherheit einfach die Schraube wieder in den Halter hinein und lasst sie einfach nach unten baumeln. Dann entfernt den alten Halter vom Lenker. Er ist ebenfalls mit Dreier-Imbusschrauben gesichert und zwar vier Stück auf jeder Seite zwei. Die Schrauben halten in diesen unteren Verstrebungen. Sie gehen nicht verloren. Also bleiben drin. Beide Seiten abschrauben. Und dann sind wir mit der Demontage der alten Halterung schon fertig. Wir können dazu übergehen, die Kabel zu entfernen. An der Halterung, am unteren Teil, seht ihr zwei große Stecker, sage ich jetzt einfach mal, die jeweils mit vier kleinen Kreuzschlitzschrauben befestigt sind. Eine geht zum Bedienungssatelliten. Und das andere Kabel geht zum Motor. Das habe ich hier nun mal ausgesteckt. Um diese Halterung zu wechseln, müsst ihr einfach beide abschrauben. Versucht dabei, möglichst die Schrauben nicht zu verlieren. Mit der neuen Displayhalterung werden zwar neue Schrauben mitgeliefert, aber besser man hat eine zu viel, als eine zu wenig. Einfach die restlichen Schrauben dann noch entfernen, wenn sie nicht gleich herausgekommen sind. Beziehungsweise, wenn die Schraube wirklich nicht raus möchte, lasst sie einfach drin. Ihr müsst das Kabel ja dann an die neue Displayhalterung wieder anschrauben. Das ist also nicht so schlimm. Dann die andere Seite. So, das war es schon mit der Demontage. Jetzt nehmen wir die neue Halterung. Was wichtig ist, wenn keine Dichtung vorhanden ist, die wird mit der neuen Halterung aber mitgeliefert, dann setzt die Dichtung entsprechend ein. Mit welchem Kabel ihr jetzt anfangt, ist euch überlassen. Ich fange mal mit dem linken an. Dazu aufsetzen einfach. Und mit einer Schraube anfangen. Auf der gegenüberliegenden Seite genauso vorgehen. Ja, so ansetzen. Erste Schraube einsetzen, leicht anziehen. Und dann die restlichen Schrauben auch wieder einsetzen und festziehen. So, damit wäre der Wechsel des Displayhalters schon abgeschlossen. Zur Montage am Lenker den Displayhalter dann aufsetzen. Dreht ihn etwas zu euch, sodass ihr bequem den Halter ansetzen könnt und die Schrauben dann problemlos hineindrehen könnt. Bosch gibt hier einen Newtonmeter als Drehmoment vor. Ich glaube, keiner von euch hat einen Drehmomentschlüssel, der einen Newtonmeter anzeigt. Aber wenn ihr ihn habt, könnt ihr ihn gerne benutzen. In der Innenseite der Halterung ist ein Gummi eingelegt. Dadurch rutscht der Lenkerhalter wirklich sehr wenig. Dann die andere Seite genauso einfach wieder aufsetzen und etwas anschrauben. Jetzt den Displayhalter in die gewünschte Position bringen und dann halt festziehen. Denk dran, ein Newtonmeter. Ich glaube, zwei verträgt er auch. Aber dann könnte es schon passieren, dass vielleicht irgendwo ein Stückchen Plastik von der Halterung ausbricht. Also versucht es einfach nur handfest anzuziehen. Dann den Satelliten wieder anschrauben. Dazu die Schraube lösen. Den Halter um den Lenker herum. Die Klemme zusammen. Schraube einsetzen. Leicht festschrauben. Dann den Satelliten in die gewünschte Position bringen und festschrauben. Jetzt das Display aufstecken. Und dann könnt ihr wie gewohnt euer E-Bike einschalten und überprüfen, ob alles funktioniert. Wenn alles funktioniert hat, könnt ihr losfahren. Das war es für heute. Weitere Videos von uns findet ihr hier. Unseren Kanal könnt ihr hier abonnieren. Die Playlist gibt es hier drüben. Ansonsten viel Spaß beim Schrauben, Schrauben und Fahren. Wie immer wünscht euch Olaf. Tschüss. 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 Tschüss.